Raus aus der Küche. Kein Gammelfleisch in der Küche. Danke. So, jetzt müssen wir noch hier den Raum checken. Ne, hier waren wir schon. Ja, ist ja gut. Ach ne, hier waren wir auch schon. Hä, wo waren wir denn noch nicht? Waren wir hier noch nicht? Was haben wir hier? Großen Rucksack. Alles mögliche, ne? Wie seid ihr denn drauf hier? So, dann gucken wir jetzt noch. Ach, das war das erste Haus, wo wir hätten gucken sollen. Hätte schon auch nichts mit der Horror am Hut gehabt. Na, kommt die Zombie-Side so gut. Wir warten jetzt mal kurz, bitte. Läufer eingetroffen. Suche beginnt. Tja, dann. Oh, hier geht's auch noch nach oben. Oder? Na, hier geht's nicht nach oben. Sah nur so aus. So, jetzt habe ich nach Zombies mit Schutzweste gesucht, aber es ist irgendwie keiner da. Golf-Club-Schläger. Wo, wo, wo? Ich sehe niemanden. Ach, hier ist er doch. Swat-Zambie getötet. Das wollte ich sehen. Nichts gefunden. Gibt es hier noch mehr zu durchsuchen? In der Küche vielleicht? Ne, hier ist ein Backofen. Kann ich nicht hier hoch? Doch, kann ich. Wollte schon sagen. Kann es sein, dass das hier immer ein Kinderzimmer war? Naja, auf jeden Fall gibt es hier Sachen. Backzutaten. Das ist der Wahnsinn. Wie viel Essen es hier gibt. Noch mehr. Hausvollständig gesucht. Jacob ist traurig. Oh. Plünderer nähern sich. Hausvollständig durchsucht. Ja, gut. So, ich bin jetzt einfach mal so frei und hau einfach ab. Denn der gute Marcus ist müde und mimimi und was weiß ich. Ne, wir fahren jetzt heim und dann ist gut. Gut. So, hier war der Helikopter. Und ja, hier ging es rein. Zack. Ah, ist schon schwer dunkel. So, das sieht auch schon wieder nach einem vernünftigen Fuhrpark aus. Wie geht's? Ich bin fast da. Wir haben nur noch 14 Baumaterialien. Wir bauen Baumaterial, ne? Hahaha. Lilly müsste noch am Funken sein. So, hier den ganzen Kram kannst du mal verkaufen. Brauchst du eh nicht. Oh so, ne. Das wollte ich eigentlich behalten. Lilly. Ne, Sam Hoffman. Die war so stark. Ach so, du kannst nicht zu jemandem auf Mission. Toll. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, was es noch im Lager zu tun gibt. Vielleicht ist sie ja bis dahin zurück. Überlebenden Unterkunft anbieten. Ja, das haben wir gemacht. So, und dann machen wir mal hier ein bisschen Zombieschießerei. So, es ist Kiel. Ach so, Sam. Da läuft sie gerade. Er lege ein Ekelzombie. Oh ne, da habe ich ja jetzt keine Lust drauf. So, ich würde sagen, wir machen hier noch einen Außenposten. Und sonst. Ja, wie gesagt, ich hätte hier gerne noch einen Außenposten. Hier könnten wir auch noch einen machen. Hier, hier und hier. Und dann haben wir alles abgedeckt. Äh, ja, die ist hier noch unterwegs. Sollen wir mal gucken. Na? Ihr zwei, trefft ihr euch? Sam braucht Hilfe. Läufer und Schwierigkeiten. Alle, nur nicht Sam. Also, vielleicht mag das jetzt ein bisschen fies klingen. Aber Sam, die kann kämpfen wie ein Tier. Dir helfen wir jetzt. Ja, dafür ist der kleine Flitzer super. Muss ich einfach mal so sagen. So, du hast eh Hilfe gebraucht. So, und hier ist Sam. Er braucht auch noch ein bisschen Hilfe. Ich eile, Sam. Lasst die in Ruhe. So. Potenzielle Heimat. Warum ist das hier denn auf einmal eine potenzielle Heimatbasis? Huh, strange. So, hier ist noch nicht alles durchsucht in den Büros. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Mache hier dann gerade einen Außenposten draus. Ja, komm her. So. Oh, meine Axt ist nicht mehr ganz so gut. Hey, ich glaube, wir haben einen Plan, um zu rauszukommen. Meet uns aus dem Pass. Wir gehen über das. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Exit-Strategie. Wir gucken gleich dabei. So, was haben wir hier? Medikamente, die nehme ich mit. Aber wir müssen gleich noch auf jemand anderen wechseln, bevor hier, äh... Ach, komm her, oder lass es sein. Aber nervt mich nicht, bitte. So, die Tür machen wir mal zu. Ja, Markus, seine Axt ist nicht mehr die beste. Das ist der Wahnsinn. Weil der gute Herr hatte ja jetzt schon ewig diese Axt. So, wir gehen mal hier rein. Ah, hier ist ein Rucksack oder so. Jawoll. Durch die Tür wäre es so einfach, oder was? So, Büro, nichts mehr da. Außenposten einrichten. Gut, das hat auch geklappt. Perfekt. Perfekt. So, wir beeilen uns jetzt, dass wir einmal zurückgehen. So, mir ist egal, ob ich jetzt die Horde hier alarmiere oder nicht. Wir haben genug Außenposten. Nur mein kleines, schnelles Flitzerschen. Das braucht eine kleine Ruhe. Pause. Also, definitiv. Und so schnell könnt ihr nicht laufen. Egal, wie schnell ihr lauft. Wenn ihr es könntet, würde ich mir Gedanken machen. So. Gut. Dann braucht der gute Herr doch eine neue Waffe. Hm. Okay. Na ja, gut. So. Dann bringen wir erstmal hier den Spaß weg. und was verkaufen kann man das irgendwie reparieren leider nicht zu ziehen das kann weg kaliber 44 kann weg der becker kann weg so und der gute herr braucht eine neue waffe aber noch so eine axt weil was haben wir denn hier das ist eine schwere waffe schwere waffe wieder das sieht doch gut aus schlagwaffe 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 das ist ein hammer das natürlich auch hart zählt der wiegt zehn pfund wir nehmen mal hier so eine hacke mit für nächstes mal und die ist immer noch unterwegs aufklärungsmission eine exit strategie wir treffen uns mit sergeant zombie jagd sie ist auch auf rückweg so haben wir vielleicht noch was warten ich weiß das wie lang braucht denn hier noch die hier wollte ich auch nicht gucken minus 21 text ganz dringend wie lange ist denn hier das noch dran eine minute das hier ist auch noch ein bisschen dran ich habe doch bauberatung gemacht wieso ist das nicht fertig echte werkstatt was kann unsere werkstatt denn das ist jetzt die frage ach das ist schon eine echte werkstatt elektrowerkzeug ach so hier zur maschinenwerkstatt karosserie motor reifenschäden verlorene stoßstandentüren werden jetzt ersetzt bautempo wird erhöht ermöglicht herstellung von sprengstoff schützt vor ungewollt das wäre natürlich richtig fett wenn wir jetzt hier noch eine richtige werkstatt hätten baumaterial brauchen wir definitiv dann müssen wir gleich mal im radio rungfunk hören wo es noch was gibt weil hier unten da hier ist noch ein lagerhaus aber sonst hier ist noch ein baumarkt mit ressourcen weil er ist auch teuer muss man ja einfach mal so sagen so wo ist die gute frau hier ist hier wenn fallen vorbereitet keine überlebenden gefunden ja das hat da haben sich die 20 minuten wartezeit ja richtig gelohnt so und wir gucken jetzt mal noch nach materialien da war jetzt jetzt warten wir noch bis die gute sam zu hause ist und hier stehen fallen bereit fünf voll wir gucken mal gerade noch ob wir die außenposten hier noch upgraden können ja perfekt das sieht doch schon besser aus so sam komm mehr außenposten einrichten ich ja ich will ja hier noch einen einrichten wie viele außenposten slots haben wir noch drei wunderbar auch jede menge essen versuchen wir mal hier sowas große mahlzeit kostet uns fünf nahrung das können wir verkraften und sonst keine aktion verfügbar okay recherche in der bibliothek nicht genügend material zwei tägliche essensrationen naja ist sam wirst du so gut wirst du so gut wir hatten wir hätten wir denn noch so wir hätten noch ad kämpfen hier der esse kiel herrnandes ja komm jetzt haben wir zwar ein bisschen gewartet aber jetzt gehen wir mal mit dem auf tour und da der gute mann ja ein kopf ist so aber da brauchen wir noch medis was haben wir denn alles code ihn ok so dann nimmt er auch den polizeiwagen und dann gehen wir gerade mal da hoch so mark es kann sich ein bisschen ausruhen bin ich dafür pferde anhänger so und dann würde ich sagen gucken wir jetzt sagt nichts bitte so dann gucken wir jetzt mal hier nach der exit strategie was sagt schon tendons zu sagen hat fress meine tür ach ihr mit euren horn so zombie horde getötet schweinehunde ehrlich gesagt müssen wir uns eh ein bisschen mit der story beeilen was heißt beeilen nur wenn mir wirklich die baumaterialien ausgehen und mein camp ineinander fällt habe ich da auch nicht so viel von hier muss ich zu fuß rüber ok so sergeant was machen wir jetzt ok hier ist die situation dieser pass ist der einzige Weg aus der Valle und die Armee wird sicherlich nicht mehr zu verlassen also warum wollen wir es einfach nicht wir wissen nicht was auf der anderen Seite dieser pass ist wir werden Essen, Medizin, Transport, du weißt, das üblich also was? wir es zerrennen? nein wir können diese barrikade zerrennen mit hand zett hat uns für breakfast bevor wir es 10 ft können wir losgehen können wir losgehen? was? ich denke aus der box nein ich mag es es hat eine bestimmte wöchste die verhörte also was ist der plan? ich denke wir müssen ein paar explosiven die große was mit den anderen wir können nicht nur abhörern sie und hoffe sie finden das Problem mit der Wasser du bist starten alle die wir wissen sag ihnen bereit zu gehen wir sind alle weg raus gut wunderbar hätten wir das geklärt und dann würde ich sagen versuchen wir hier nochmal einen Außenplasten draus zu machen obwohl ich die hoffnung was das angeht ja so langsam verloren habe so hier ist eine horde finde ich nicht ganz so geil so guter Mann hier ins Gesicht ins Gesicht so Außenposten einrichten diesmal hat es geklappt anscheinend zumindest wurde uns der Einfluss abgezogen oder oder ja endlich Außenposten wird eingerichtet